Kosmos Post 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 Und wir sind bis oben hin so voll Apfelstuhl mit Parmelade, wir fahren geladen aus in den großen Raum. Heute sagen die Leute Bon Appetit! Apfeltee und Tritzschokolade, es ist doch schade, das ist kein Weißkulti. Doch Holgrüben und Petersilie haben wir nie gemocht. Kosmos Post 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 Geradet aus in den großen Raum, heute sagen die Leute Bon Appetit. Kappel, Tee und Trink, Schokolade, es ist doch schade, dass es kein Weißbruch geht, doch Polgrüben und Petersilie haben wir nie gemobbt. Ich bin ein Musikant, Musikant, ich spiele so brillant, so brillant, am besten sind Kosmosland, Kosmosland, und wir sind fröhlich und völlig gesättigt, und wir sind fröhlich und völlig gesättigt, ja wir sind fröhlich und völlig gesättigt. Kosmos Kost ist so gut, Kosmos Kost schmeckt so gut, wenn man Hunger hat. Kost ist so gut, wir sind fröhlich und völlig gesättigt, ja wir sind fröhlich und völlig gesättigt, Kost ist so gut, wir sind fröhlich und völlig gesättigt, ja wir sind fröhlich und völlig gesättigt, Danke,gro Philipp, Sch significance war, weil wirfan Reimand von Gott nicht mehr gesättigt sind, dass wir für Schüler das einigen Hug belangg reuse. ATEG ablee Kinder auf die Küche, die��k fortunatelyesar, sie sind fröhlich und vineg CBS.